Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Faktorio, hier auf dem Laufband Simulator 2016. Nehmen wir das Fischkorb, guten Tag. Hallo, hallo, guten Tag. Können dieses Video nachdrehen, weißt du, wo die auf den Laufbändern, weißt du, diese Choreografie? Keine Ahnung, ja, ich weiß. Okay, so und so und wenn ich... Wir müssen forschen, das ist wichtig. Ja, wollen wir mal automatisieren, aufbauen, forschen, was auch immer das ist. Ich bin ja für Lasertechnik. Das klingt einfach gefährlich. Äh, ja, okay. Ähm, ich weiß nicht wofür... Ach, Lasertürme, yes. Lasertürme, die ballern? Ich glaube ja. Ach, da können wir gar nicht forschen, warum nicht? Dann mach doch gerade Lasertürme. Ach, hast du das Stück ausgewählt, hahaha. Ja, ja. Mir hat jemand einen Tipp gegeben, immer wenn wir zu so Nestern gehen, sollen wir so Lasertürme mitnehmen und die dann da hinstellen. Aber wie versorgen wir die mit Strom? Aber die brauchen bestimmt Strom, ne? Können wir eine Batterie mitnehmen? Vielleicht. Wow. Was es alles gibt auf der Welt, ne? So, was war nochmal... Blaue Fläschchen ist unser Ziel. Achso, jetzt blaue Fläschchen. Genau, diese Folge wollen wir gerne anfangen, äh, die blauen Fläschchen zu produzieren. Dafür brauchen wir... Batterie. Die roten erweiterten elektronischen Schaltkreise. Die Batterien und Stahlträger. Also Stahlträger und das andere Zeug, was ich gerade vorgelesen habe, ist total easy. Aber die grünen Arme, das wird jetzt ein bisschen... Tricky. Wobei, wenn wir die Produktion... Sag ich mal, weiß ich nicht, hier grünen... Wir müssen vor allem die Fläschchen auch wieder zu den Laboren oben irgendwie hinführen. Richtig. Das heißt, wir müssen die Fläschchen auf das grüne Band hier drauf bringen. Ja, oder so. Ja, genau. Da haben wir doch hier links prädestiniert Platz, oder nicht? Wieso, links davon? Ja, genau, wir könnten das hier bauen. Ich meine, wir haben nachher... Es gibt noch lila Fläschchen. Ich bin alt gedrückt, so jetzt. Hast du das gehört? Jo. Das können wir aufs rote Band einspeisen, rechts. Genau, die können wir dann noch hier mit drauf schmeißen, auf die andere Seite. Das können wir uns aber später drum kümmern. Was jetzt wichtig ist, ist, was baut man wo? Und wir könnten ja quasi alles hier... Warte mal, wir müssen ja noch die... Ah. Okay. Das Problem wird sein, die Arme zu machen. Es wird kein Problem sein, aber wir müssen von den gelben auf die blauen und von den blauen auf die grünen Arme bauen. Was? Wir wollen, wenn wir grüne Arme bauen wollen... Ich dachte, die gelben wären da... Müssen wir vorher blaue bauen. Nö. Also die bauen... Ja, klar. Ja, klar. Ja, sicher. Die macht man aus gelben. Die machen wir aus gelben und aus den grünen Schaltkreisen. Also wir werden beide Male grüne Schaltkreise brauchen. Gelbe stellen wir ja schon her, ne? Genau. Wo ist denn die Produktion der... Meine Fresse. Oh mein Gott. Wo sind denn die Robberdame hier oben, wa? Hier kommen die an. Guck mal, die haben wir schon mal hier drüben. Ja, die laufen hier überall lang. Ja, aber ich wollte nur gucken, ob wir... Die haben wir hier drüben. Bei den grünen Fläschchen. Das heißt, wir können die hier abzapfen. Um ganz links... Was hast du denn ganz links hier gebaut? Was ist denn das? Hast du Müllkisten? Ich... Ich... Ich wollte einfach mal... Ich wollte einfach mal die Holzkisten loswerden. Ich wollte einfach mal die Holzkisten loswerden. Also wir haben auf jeden Fall hier Roboterarme, die wir schon mal abzwacken können. Aus der Mittelproduktion. Ja, das ist mir schon beworst. Aus der Mittelproduktion. Wir brauchen auch Eisen und Stangen. Und ich wollte halt nicht die Roboterarme Produktion hier bauen. Ich wollte hier nur die Fläschchenproduktion machen. Weißt du? Ja, gut. Dann... Wo haben wir denn... Wo kommen denn Roboterarme und grünen Platinen sich am nächsten? Eigentlich hier unten. Guck mal, wir können das hier eigentlich so ein bisschen... Ach, das ist aber hier. Komm nicht vorbei. Die grünen Platinen, ne? Ja, die grünen Platinen sind hier. Ja, hier. Die kommen hier. Genau. Hier sind die grünen Platinen. Die können wir auch hier nochmal abgreifen. Ne, wir können sie auch hier abgreifen. Hier, guck mal. Hier am Ende. Aber da ist alles so eng. Ja, stimmt. Ja, wir können sie hier abgreifen. Gehen dann hier tiefer. Genau. Weil wir brauchen auch... Habe ich es richtig in Erinnerung? Dass wir auch Batterie dazu brauchen? Ne... Ne, dafür nicht. Ne, dafür nicht. Ne, für die Fläschchen dann wieder. Mhm. Okay. Ja, lass uns doch die Roboterarme Produktion hier oben starten. Ja, gut. Dann starten wir hier oben. Ich glaube, drei von den Montagemaschinen reichen dafür, für eine Sache, oder? Das heißt, ich muss mich jetzt darum kümmern, dass die Greifarme hier runterkommen. Genau. Du kümmerst dich um die Greifarme und ich guck, dass wir... Warte mal, Eisenplatten haben wir hier, ne? Scheiße. Weißt du, was das große Problem ist? Gar. Wir mischen schon ganz weit oben, mischen wir schon diese Greifarme. Womit? Achso. Das heißt, ich muss die separieren, ne? Das kriegst du hin. Das kriegst du hin, Minions. Grüne Arme zum Beispiel. Es ist, es ist nur ein Beispiel. Es ist nur ein Beispiel. Jo. Wo würdest du das aufbauen? Hier unten? Hier? Äh, warte, gerade nicht da. Hier so, in dem Bereich, wo ich laufe. Äh, ja, ich würde jetzt hier, genau, hier oben starten. Das heißt, wir brauchen da Arme. Ich würde halt so drei von den Montagedingern bauen und dann, weißt du, da drunter nochmal drei. Äh, und das dann, das Ergebnis dann rüberführen nach da hinten. Oh mein Gott. Shit, hier komme ich nicht unten drunter durch. Wir haben hier zu viele Bäume. Gibt's, liebe Zuschauer, gibt's irgendwas, womit man massenweise Bäume weghacken kann? Das wäre ja immer noch eine sehr interessante Frage. Mit der Schrotflindie wäre sehr effektiv, um Bäume zu entfernen. Ist das so? Hm. Ich lese ja Kommentare. Hast du das? Fluch und Segen zugleich. Ich habe dir das verboten. Ja. Ich habe dir das verboten, Kommentare zu lesen. Ähm. Wo ist das Ding? Ähm. Da. Oh. Dafür habe ich keine Munition. Ich überlege gerade, wo ich entlang gehe. Ich habe hier keinen durchkommen. Hier sind drei Bänder. Moment, laufen die Platinen hier hoch? Hier laufen hoch. Verdammt. Oh shit. Das Problem ist, ich komme hier nicht durch. Den Greifarm. Ah, doch. Ich habe so eine Idee. Ich meine, das wird jetzt schwierig, aber das werde ich in den Krieg. Ich schieße gerne auf Bäume, Minjas. Was? Schrotzt du gerade Bäume weg? Ich schrotze gerade Bäume weg. Wie gut aus da unten. Es ist so mittelgut eigentlich. Aber die Shotgun gefällt mir. Hier. Ja, ne. Das ist aber jetzt nicht so cool. Kann ich eigentlich, ich will immer dieses Ding hier bauen. Ich hatte doch irgendwo noch eine Kiste. Wo ist denn meine Müllkiste? Wo ist denn eigentlich deine Müllkiste, Minjas? Da oben. Da sind bestimmt noch Fließbänder drin. Was wollte ich hier nochmal machen? Ah, ich weiß es wieder. Alles gut. Okay, du holst mir mal bitte hier. Ne, warte mal. Roboterarme bringe ich vorbei. Ja, ja. Ach so, Entschuldigung. Ich rede immer mit den Komponenten. Also jetzt zum Beispiel mit einem grünen Arm. Warte mal. Ich muss immer wieder nachgucken. Ich muss immer wieder nachgucken. Wir wollen bauen die blauen Pläschchen. Das heißt, wir brauchen vier Komponenten, die da reingehen, Digga. Ah ne, wir machen jetzt erstmal nur die Arme. Können wir uns doch mal bitte konzentrieren, lieber Minjas? Du quasselst doch. Ja. Also blaue Arme brauchen Eisenplatten, grüne Sachen. Das sind nur drei Sachen. Gut, das heißt, Minjas. Mhm. Wir werden wieder... Das so machen wie eben. Dass wir zwei Bänder nebeneinander haben. Und auf einem Band sind zwei Sachen. Ich find's cool, wenn man die Bänder noch weiter unter uns schlägen könnte. Ah fuck. Wieso kann ich jetzt... Ach so. Äh ja, das wäre gut. Wir scheißen nicht, ob das Stein vorkommt, ne? Ja, Fischkorb, okay. So, wo kommt deine Sache her? Oh, du machst sie da hinten. Oh. Oh. Ja, es geht nicht anders. Ich komm da oben nicht durch. Ah, okay. Wo würdest du gerne drauf? Willst du auf dieses Band hier gerne? Äh, da kommen jetzt gleich die Stahlplatten an. Willst du da Greifarm haben? Es ist eigentlich egal. Kannst du da gerne mit drauf machen. Wir müssen ja dann nochmal über den grünen Platinen ankommen, oder was? Boah, ist der schnell der grüne Arm hier. Der ist zu schnell. Kann ich den nicht langsamer machen? Das geht nicht, ne? Netzwerksschaltungsbedingungen. Also wir können hier noch das... Oh, ist egal. Ähm... Grüner, blauer Arm. Braucht die grünen Dinger? Brauche ich das überhaupt richtig? Du musst ja auch mitdenken immer hier. Okay. Ja, lass mich doch mal. Ich muss auch mal ein bisschen so... Gott. Was ein... Was ein Knoten hier drin ist. Also nicht nur in meinem Hirn, sondern auch insgesamt. Ja, das ist ein bisschen viel. So, warte mal. Dann ist das hier jetzt schon mal falsch. Weil wir das hier quasi einen näher reinführen müssen. Dann machen wir das anders. Oh nein. Oh, jetzt habe ich gleich den ganzen Piss schon wieder in der Tasche, ne? Können wir nicht... Das denn mal hier und das denn mal wegschmeißen, bitte? Ich glaube nicht. Ah, ich baue jetzt viel schneller... Ich baue jetzt viel schneller ab. Hast du dir schon... Hast du dir schon so eine geile Stahlspitzhacke gebaut? Ja. Hast du schon längst? Mhm. Also bin ich der Idiot, der das jetzt erst für sich entdeckt hat. Also... Siehst du hier, was hier passiert? Jo. Das ist gut. Und jetzt kommen wir gleich noch... Moment. Ja, wo sind die Arme? Ich warte auf die Arme. Die Arme kommen. Na komm jetzt Jungs, enttäuscht mich nicht. Kommt ihr Arme. Okay. Das ist ein Mischmasch. Sieht gut aus von oben. Und wohl. So. Noch so ein Ding hier. Ein, zwei, drei. Nochmal. Das ist sehr, sehr auf... Ich dachte, das wird jetzt komplizierter. Ach, du hast jetzt schon. Okay. Okay. So. Und was brauchen wir dann nochmal für die, für die Grünen dann an sich? So, mal. Die grünen Platinen und die blauen Arme. Das ist ja ungünstig. Äh, was stellen wir jetzt hierher? Äh, die blauen Arme, Digga. Tatsächlich brauchen drei Komponenten. Wie scheiße ist das denn bitte? Und das Schlimme ist, wenn die dann fertig werden, dann müssen die noch links ab. Das ist ja gar nicht schlimm. Ist doch gut. Ne, warte mal. Wenn die fertig werden, dann kommen die auf das gleiche Band wie die Dinger hier. Wobei, dann müssen wir... Guck mal, blaue Arme. Ja, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Aber wenn die fertig werden, müssen die ja auf dieses Band und dann müssen die aber die grünen Sachen hier, die ankommen jetzt, die müssen dann auf der anderen Seite liegen. Wie machen wir das jetzt wieder am dümmsten? Meinst du, wenn du jetzt hier unten was drauflegst, liegt es am oberen Teil? Warte. Warte. Ich habe, glaube ich, schon die Lösung gefunden. Ne. Das ist ja genau falsch. Ah, warte. So was? Jetzt brauche ich doch... Jetzt fehlt mir ein gelber Arm. Wie hier nicht irgendwo, Otter. He he. So. 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 Wieso machst du das immer so umständlich? Ich verstehe dich nicht. Darf ich dir kurz zeigen, dein Denkfehler? Ja, bitte. Ach, der hätte die Kunde nach links machen müssen, ne? Ah. Gar nicht. Einfach nur drauf. Ach, hier muss es da drauf. So. Ah, stopp. Ja, ich weiß, was du meinst. Na. Ja, okay. So. Nein. So. Jetzt. Alles gut. Ja, das wusste ich. Das wusste ich aber. Das ist ja klar. He he. He. Okay. Zack. Okay. Ja, ne. So weit muss das ja gar nicht. Denn. Gut, da ist, da ist für mich schon. So. Ähm. Denn, jetzt brauchen wir hier. Brauchen wir nochmal so. So. Und was soll hier abgegriffen werden? Ist egal. Ich brauche es einfach. Äh. Ja, der wird das schon machen. Und zwar bauen wir hier. Bauen wir so. Bauen wir hier. Bauen wir dead. Grun. So. Grunarm. Grunarm. Grun. Äh. Grunarm. Machst du. Machst du eins. Machst du zwei. Machst du drei. Okay. Und dann. Oh mein Gott. Wer, wer kann nochmal auf die Idee dieses Spiel zu spielen? Minyas. Du hast mich angebettelt und hast gesagt. Minyas. Bitte. Willst du mal richtig gefickt werden? Also dein Hirn. Das kannst du doch so gut Minyas. Okay. 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 Ähm. So. Grüne Arme. Und. Äh. Wir sind immer noch auf dem Weg zum blauen Fläschchen. Grüne Arme. Dann brauchen wir noch rote Platinen. Stahlträger und Batterien. Fuck you Spiel. Können wir mal bitte noch was erforschen hier so lange? Stahlträger. Pyrotechnik vielleicht? Das ist Kunststoff. Mach jetzt hier automatisierter Aufbau. Was auch immer das bringt. Alles das erforschen was jetzt noch geht. Ja. Wenn wir erstmal die blauen Fläschchen und so. Dann ist hier erstmal. Ohohoho. So. Die blaue Fläschchen machen wir da oben ne? Oder? Machen wir doch da wo die grünen und die roten auch schon gemacht werden. Was? Die Herstellung der blauen Fläschchen. Ah von dem blauen Fläschchen. Wird da oben passieren ne? Und hier ist alles eh schon so eng. Da kommen wir nicht mehr durch. Das bedeutet. Wir müssen uns jetzt hier unten lang führen. Jo. Wir können zum Beispiel grüne Roboterarme und Batterien mit hoch schaffen. Dann brauchen wir noch rote und Stahlträger. Achso. Warte mal. Wollen wir da irgendwie mit dem Roboter arbeiten? Ne ne? Ja. Keine Ahnung. Da müssen wir erstmal lange gucken wie das geht und alles. Da bin ich jetzt dagegen. Da bin ich jetzt dagegen. Ähm. Da müssen wir hier die Batterien rausholen. Wieso macht er keine Batterien mehr eigentlich? Hä? Minions? Ja? Der macht hier keine Batterien mehr. Übrigens Stahlträger kriegen wir hier unten hin. Stahlträger haben wir hier oben. Die kommen hier oben raus. Die kann ich nach unten abzweigen. Der macht keine Batterien mehr? Der macht keine Batterien mehr? Ich überlege gerade warum das ist. Aber er hat alle Komponenten die er braucht. Wo werden denn überhaupt rot Platinen hergestellt? Hier unten werden rot Platinen hergestellt. Hey jetzt habe ich gerade. Also jetzt warte mal. Jetzt tut es rein. Äh. Ist keine Flüssigkeit da? Äh. Ah. Warte mal. Hier. Kommt kein. Kein. Wie heißt das? Kein Schwefel mehr rein. Weil. Oh. Ich glaube. Die Ölquellen sind erschöpft. Die Ölquellen die wir oben hatten. Sind die erschöpft? Keine Ahnung. Wir können ja. Wir können ja. Wir haben hier oben. Ähm. Ich gucke. Hier ist ganz schön dunkel hier oben. So. Hier haben wir Licht gemacht. Der macht glaube ich nicht mehr. Der macht glaube ich nicht mehr. Oh. Was ist denn wenn wir kein Öl behauen? Müssen wir Öl suchen. Eigentlich sind noch ganz viele Ölquellen noch. Müssen wir Länder invasieren. Ja. Grund finden wir schon. Ähm. Hier kommt nichts raus. Hier kommt nichts raus. Da können wir die aber abbauen einfach. Ganz normal. Ne. Hier sind die noch. Ne. Ne. Ich glaube. Ertrag 29 Prozent. Wenn man hier auf die Ölquelle hält. Ja. Hier sind 305 Prozent. Da müsste es ja eigentlich gehen. Hä. Jetzt pumpt das Ding wieder. Kannst du mich verarschen? Hat es verstopft vielleicht? Müssen wir Filteranlagen noch zusätzlich produzieren? Könnte ja sein. Ist ja komisch. Hä. Du hast sie weggebaut. Wieder hingebaut. Und dann pumpen sie wieder. Ja. Aber jetzt hat die wieder aufgehört. Ist vielleicht irgendwo ein Überstand. Aber man kann doch hier auf die Rohre halten. Wenn ich jetzt hier. Gibt es hier irgendwie so einen Druck. Quatsch. Widerstände. Oh. Ne. Das ist Widerstand gegen Feuer. Temperatur. Holy moly. Aber jetzt fließt doch hier was drin oder? In den Rohren. Wenn ich hier drüber halte. Ich stehe was von 10. Das heißt Rohöl kommt hier unten an. Hier der Tank ist ja auch voll. Welcher? Der Lagertank ist voll. Der hat 500. Welcher? Der hier. Der da. Okay. Okay. Ah das. Warte mal. Ah jetzt weiß ich warum. Jetzt weiß ich warum. Weil wir nutzen nur zwei der Sachen. Und weil das hier das Leichtöl voll ist. Warte mal. Mal gucken ob jetzt. Ob es jetzt geht. Obwohl er läuft direkt voll. Oder? Er wird schon einen Tag in den anderen überführt. Schwell ist nicht voll und Petroleum ist nicht voll. Petroleum ist ganz wenig drin. Aber jetzt macht die Ölraffinerie wieder Sachen. Oh jetzt geht es. Jetzt geht es. Jetzt geht es. Jetzt geht es. Jetzt geht es weiter. Ja aber Petroleum. Wenn du mal guckst was da drin ist. Da wird 5, Abyss und dann wird es wieder abgebaut. Der pumpt nur ganz wenig nach. Welches ist aber Petroleum? Könnte man jetzt nicht. Das ist ganz links. Verarbeiten wir den Petroleum? Ja klar. Doppelt. Ja dann lass uns doch noch eine Fabrik herstellen. Wo wir nur Petroleum abzapfen. Und die restlichen Dinger. Ne? Geht das? Ne. Geht nicht gell. Wir können nicht das eine oder das andere. Ich bin gerade überfordert. Ich meine im Moment geht es. Vor allem müssen wir die Rohre unterdurch legen. Hier werden wir ganz schön. Können wir machen. Müssen wir nicht. Richtig. Im Moment geht es. Ich glaube. Ich glaube mein Trick hat funktioniert. Weil wie gesagt. Wir verarbeiten zwei Sachen hier. Die werden immer nach. Also rausgepumpt. Das Ding wurde nicht rausgepumpt. Das ist praktisch Leichtöl wird nicht verbraucht. Ja genau. Und wenn das stimmt ist es blöd. Weil das heißt ja. Dass das Ding hier nur arbeiten kann. Ja aber dann lassen wir es ins Grundwasser ab oder? Ist ja auch nicht so schlimm. Merkt ja keiner. So machen wir das. Okay das heißt aber wir brauchen hier eventuell noch mehr Lager. Beziehungsweise was macht man denn noch aus dem Zeug? Ihr merkt schon. Wir sind hart am rätseln wie das Spiel weiter geht. Seht ihr in der nächsten Folge. Und es wird immer komplexer. Immer schlimmer. Aber ihr seid dabei wie wir uns hart verkalkulieren. Es wird zu schwer. Es wird zu schlimm für mich. Ja. Gut lassen wir doch Harz Online spielen oder so. Ist ja bei Windows dabei. Yay. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.